malzeit heute haben was interessantes und zwar die hot wasabi rice cracker wasabi ist ja auch scharf aber als reiskräger habe ich die noch nicht gesehen also noch nicht so sehen sie aus irgendwie aus wie gefrorener brokkoli mal gucken ich bin michael das die hot wasabi rice cracker guten appetit oh ja wasabi kommt super raus hmm sehr wohlig mal was anderes hmm 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 ja schmeckt als viel wasabi aber ich muss sagen ich weiß nicht wie viel prozent hier drin ok 2,9 prozent also hätte ich mir ist kribbelt auf der zunge aber wirklich scharf ist es leider nicht da sollte ich mal gucken ob ich eine tube wasabi irgendwo finde und die mal probiere das waren sie die hot wasabi rice cracker ich hoffe ich hat es gefallen wir sehen uns beim nächsten mal bis dann haut rein Leute ciao